Was geht ab Leute, Zane ist wieder da mit einer neuen One Piece Theorie und zwar sage ich einen Buster Call für Wano Kuni voraus. In unserer Geschichte gab es ein geschichtliches Ereignis, welches sich die Perry Expedition nennt. Amerika hatte Japans Isolationspolitik satt. Commodore Matthew Perry erkannte was das Problem war und zwar dass Amerika nie seine Stärke zeigte und dies wollte Perry ändern. Der damalige amerikanische Präsident Millard Fillmore beorderte Perry nach Japan um die japanischen Grenzen zu öffnen, wenn es sein muss auch mit der sogenannten Gun Boat Diplomacy. Die Gun Boat Diplomacy war ein Zuschaustellen der eigenen Seestreitmacht um so anderen Ländern Angst einzujagen. So machte sich Perry auf nach Japan. Entmilitarisierte ganz Japan, nahm also den Menschen jegliche Waffen egal ob Schuss oder Stichwaffen ab. Dies führte dazu, dass Japan in diplomatische Verhandlungen mit den sogenannten Western Great Powers trat. Die Great Powers ist ein Zusammentreffen der mächtigsten Nationen der Welt, wobei nur China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die Vereinigten Staaten zu den permanenten Mitgliedern zählen. Fünf Länder, fünf Gorosei, eine mögliche Verbindung, wer weiß. Perrys Expedition führte auch zum Zusammenbruch des Tokugawa Shogunats. Dies war zu der Zeit der Edo-Periode und war gleichzeitig die letzte Militärregierung Japans. In dieser Militärregierung war der Shogun der unangefochten Herrscher über Japan. Klingt doch sehr nach Wano Kuni, oder nicht? Beendet wurde das Tokugawa Shogunat auch durch die Meiji-Restauration, also die Auflehnung des Kaisers Meijis gegen den Shogun. Der Kommodore Matthew Perry ist ein kalter Mensch gewesen, der sich nicht scheute, seine militärische Macht zu demonstrieren, um seine Gerechtigkeit durchzusetzen. Dies klingt für mich ganz nach Sakazuki. Weshalb ich glaube, dass es sogar möglich wäre, dass er selbst nach Wano Kuni geht, da er, wie er sagte, nicht weiß, wie stark die militärische Streitmacht dort ist. Da wir nun wissen, was passieren könnte und welchen Realitätsbezug es hat, möchte ich euch jetzt noch erzählen, wann das ganze vonstatten geht. Und zwar in Kapitel 592 sehen wir auf der Coverstory Sakazuki, der einen Bonsai Baum schneidet. Hinter ihm stehen Kizaru und ein Elefant. Hinter den Gebäuden große Wellen und Gebäude, die sehr japanisch aussehen. Japan wird in One Piece von Wano Kuni repräsentiert. Sollte es diesen Buster Call wirklich geben, werden dort meiner Meinung nach Sakazuki und Kizaru auftauchen, auch wenn bisher bei den Buster Calls immer Vize-Admirale waren. Aber da Sakazuki die militärische Macht Wano Kunis nicht einschätzen kann, würde wahrscheinlich sich selbst und einen Admiral dazu beordern. Wir wissen auch, dass Wano Kuni große Wellen und Strömungen nutzt, um sein Land zu schützen, damit man einfach nicht so leicht eintreten kann. Der Elefant in dem Bild könnte dabei für so stehen, welche vielleicht in Richtung Wano Kuni unterwegs ist, um die Minks nach Wano Kuni zu bringen, um Ruffy und Co. zu unterstützen. Wenn wir hierbei nun die Chapter Switches anwenden, bekommen wir als mögliche Kapitel für den Buster Call bzw. für das Kapitel, in dem Sakazuki und Kizaru sich auf den Weg machen und diese sind dann 925 oder 952. Heißt, der Buster Call wäre gar nicht mehr so weit weg. Treiben wir das Spielchen aber nochmal ein bisschen weiter. Wenn wir uns Kapitel 395 anschauen, wird dort nämlich der Buster Call auf Ohara ausgerufen. Wenn wir hier wieder die Chapter Switches anwenden, bekommen wir als mögliche Kapitel für den Buster Call 935 bzw. 953. Heißt für mich also, dass in Kapitel 925 oder 952 der Buster Call von Sakazuki ausgerufen wird zusammen mit Kizaru oder diese sich eben auf dem Weg nach Wano Kuni machen mit dem Buster Call. Und dass dann in Kapitel 935 oder 953 der tatsächliche Buster Call in Wano Kuni eintritt. Von Ohara wissen wir ja, dass der Wano Kuni Arc Marineford noch bei weitem übertreffen soll. Da liegt eine Beteiligung der Marine gar nicht so fern. Ich hatte ja vorhin die Western Great Powers erwähnt. Wenn wir uns nun mal die Halle, wo sich die Western Great Powers treffen, anschauen, sehen wir doch eine sehr sehr große Ähnlichkeit zum letzten Panel der Reverie. Auch hier noch ein kleiner interessanter Fakt und zwar der momentane Chairman der Reverie repräsentiert das Land Amerika, also im Real Life. Er sieht nämlich aus wie der I WANT YOU GUY. Naja, was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like sehr sehr freuen. Dann wird es in Zukunft auch deutlich mehr Chapter Switch Video geben. Ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.